hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe fifa 18 und zwar ihr seht es hier wir werden russland wm 2018 spielen mit dabei ist natürlich wieder der ending ohne ihn geht es nicht das geht einfach nicht so der rabin hat anstoß es geht los der war nicht drin da müssen wir jetzt verwaschen zählt der zählte der zählte ja ich muss sagen rückblickend gesagt verdient aber trotzdem bitter ja willkommen zurück zum zweiten spiel der gruppe a zu uruguay gegen ägypten mit dabei natürlich der fang immer die die uruguayana steuert griff sich den lassen 44 ist das schon oder dann ging es mal in schweißer kommst du der gebiet der auch schon muhammetsala ja schau schiebung hast du gesehen der goli hat einen ball gefordert obwohl neben in der ball der glückblick ok seo ritter das ist euch oh ist wani wie ist du da ich bin hier noch taray kam 0 zu 2 schöner solar und eine gute reaktion das gibt es nicht also solche stock ist jawohl der verletzten stuane also das ist ja hallo und herzlich willkommen zu marokko gegen iran mit der base wieder ein ending ja grüß euch aber naht ja den kennt man ja auch genau das ist aber sei es ist unser da war jetzt am rabatt gespielt gar nicht noch am rabatt ist da gerade gewesen also noch ersatzbank hatte der tag hat den ball gehabt er spielte rechts außen das wüssten dazu jetzt nicht nur eine poste verschwinden am rabatt hat gerade im ball gehabt dann gibt es zwei aber das war auch schon sag doch schön zweiter treffer 33 minuten den darf nicht so durchgelassen den darf man nicht so durchgelassen das ist unglaublich manchmal fangehmer hat sich vom zum techniker entwicklung habe ich natürlich zwar spiele zweimal durchgang das hat es noch nie geben stimmt ja das ist aber glaube ich nein nur den hat der glaube ich nicht gestern dass du mich jetzt fragst wie irgendein marokkaner mit dem vornamen kassler oder wenn ihm das so also das kann man auch als rückwärts werden rückwärts werden rückwärts werden eigentlich schon ja ja ich muss sagen ehrlich sagen ich habe mir mit marokko immer ein bisschen schwer dann bei unserem bewähren bis jetzt damit iran scheiße darstellen lassen das ist nur schwer ich bin zu gut schön schön aufgelegt ja Eieieieiei Das war süß Guter Schmähbursche! Gescheißnerst Was war das bitte? War das einfach so rein den Ballhahn zu nehmen oder? Oh shit Und die führen weißt? Sorge hätte man schwer mit Marokko Siehe Jetzt gibt es ja zwar auch einen Rückpass oder? Ich weiß nicht aber... Ich glaube schon Na komm! Havara was ist los mit euch? Absatz Gescheißnerst Der braucht 10 Stunden bis er den Ball endlich annimmt Und dann pfeift er abseits Oder bist du deppert? Bist du deppert? Da spielst du mit Blosshopperte Aber Hauptsache im Stadion ist eine Bombenstimmung bei Miranda Das ist ja Wahnsinn Ja Willkommen in Kalinigrad Im Kalinigrad Stadion Zu dem ersten richtigen Top-Duell Spanien gegen Portugal Unter anderem auch mit Fanggamer Und hier hin, der nachdem die schon weit weg ist Ja! Oh mein Gott! Glücklich aber doch! Wer? Asensio Boah! Schwerer Patzer hier! Ischko macht das Vorderhaltsch Also das war wieder mal Der war völlig frei oben Weiß nicht was ihm da eingefallen ist den anderen Ja Oh oh oh! Nein! Nein! Schade! 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 Oh! Ich hab mal dachte, er ist jetzt rausgefischt gewesen Ja, ich hab's auch gedacht, dass er den Krieg vielleicht hat Oh! Oh! Kein Absatz! Kein Absatz! Also ich hätte jetzt voll auf Absatz spekuliert Na der ist von hinten gekommen Oh mein Gott! Yes! Oh mein Gott! CR7 Cristiano Ronaldo Der kommt gleich nach Schobisberger Ja, herzlich willkommen in der Casano Arena Ich bin der Fanggemer Mit dabei ist der Endlink Jo, servas! Frankreich gegen Australien Dann auf nichts einlassen Bist du deppert! Okay, wir haben ein neues Tor des Turniers Wunderschön! Anton Guis Mann! Alter, wir haben schon mit Kängurus boxt Da werden wir da bei Franzosen Adam Spocken Der neue Mann Oh! 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 Der trieb! Ja! Ja! Bist du deppen? Ja! Euter Trophäe halten Kopfarbeit Ja! Oh mein! Auflage! Nein! Nein! Naja! Naja! 4-1 ist noch nicht so schlimm Das ist ja quasi wer 3-0 Zwarane! Ja! Herzlich willkommen ins Sarank wo Peru gegen Dänemark spielt wo Peru gegen Dänemark spielt die in der selben Gruppe sind Oh shit! Obst da bei den Peruanern Boah! Verdienst! Oh! Jetzt habe ich ja abgewartet ob der reingeht oder nicht Russland in Moskau bei der WM Ich bin ein Fanggeamer Ending ist auch mit von der Partie Was? Ja hier steht es an Islams gegen Argentinien Er diskutiert wieder mit dem Bringt eh nix Es kostet alles nur Zeit in ruckeligem Spiel So Sowas freut mich an das ist nur in FIFA diese ruckeligen Spiele Ja Da wurden schon Serien zerstört deswegen von uns Ja stimmt Ja Ja Oh So und Dybala neu im Spiel Der Maritz Durch geht Hat auch keine Karte gegeben so wie ich das gesehen habe Nein Oh Gott sei Dank Boah Gekommen Alter Gekommen Alter Das ist ein unmöglicher Winkel Alter Alter Das zeigt mir dass du in echt machst Alter Finn Borgason Yes Und jetzt höre ich dich auch wieder ganz dumpf Aber egal Ja Da war da ein bisschen abgefälscht zwischen Ja Sieg war zum 3 zu 2 Es ist geber und jetzt selbst gemacht Ja Nein Leute Nein Leute Alter Was ist das für ein Eier Tor? Herzlich willkommen hier aus Wolgorath Herzlich willkommen hier aus Wolgorath Wir sind hier live Nigeria gegen Kroatien Mitarbeiter fangen Dann gehen wir Und Der war schön Alter Alter Ja komm Alter was verdammt sie jetzt Hat uns jetzt echt fahren lassen wegen dem Gebiet Wollt ihr jetzt den Mitleidsbonus haben Bitch der ist einmal weg Gott sei Dank Das war wichtig jetzt Modric Wieder Moses Wieder Iwobi Alter Gutes Zusammenspiel von den zwei Kopfball machen Alter 16 Minuten Iwobi Weiters Tor von ihm Damit zieht er mit Sardar Von Iran Gleich einmal Ja Ja komm gescheißen Oh Oh Mieke Nein Leute Komm da muss er Ich meine er hätte auf der anderen Seite verklaupt haben müssen Boah Was? Jetzt wirds ganz hart hier in dem Spiel Leute Leute ich will den Schiri nicht Leute Das ist ein Schwarzer Der hält zu denen Leute Der hält zu denen Leute Der hält zu denen Wirklich Leute Das ist nicht weggekommen vorm Alter Das ist nicht weggekommen vorm Alter Ja Na wirklich Leute Nein Aber was machst du? Nein 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 Aber es war verdient Aber trotzdem was macht man Was war das jetzt? Modric Zweiter Treffer Was war das? Was war das? Was war das für ein Blackout? Was ist das? Pfff 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 Es ist ok Sag nie zur Niki Ryanor er hat einen Blackout ja aber er hat nen blackout man schaut doch das an boah steigen lassen und wir auch noch iwobi und iheanacho modric das gibt es ja was mit dem mann los ist immer da wo es sein soll ist auf jeden fall jetzt top torschützer ah ja genau ich sage ja so ja ich sage ja sehr schön hallo hier ist der fungamer wir sind hier bei fifa 18 wm modus ja jetzt ja es ist so es war gut jetzt gespielt und sie haben sich verdient ja herzlich willkommen zu costa rica gegen serbien oder serben gegen costa rica wie ihr es wollt nächste reingabe auf kostet jetzt passt es was geht jetzt wunderschöner pass kostet schüler ganz frei zum kopfball ja ganz offen und kohlen der das gibt's nicht campbell auf bordes der schön wohl übernommen bis dort los geht es da los geht es da kostet 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 ja dritte treffer der serben hier hier herzlich willkommen in luschniki stadion wir sind hier ja bei mexiko deutschland deutschland mexiko wir auch immer ihr wollt jetzt kann ich geschaut wer im tor spielt ok ok und die moment ok nicht so schöner pass und jimina ist jetzt macht das wer sitzt der und die und die ja gescheißen was machte da was war das wirklich was was hohoho oh mein gott oh mein gott oh mein gott Was war das? Oh, fair play Die scheißen Alter Wirklich, wirklich, nein Vorne scheiße, hinten scheiße Kann da irgendwas? Ja! Oh mein Gott! Reus! Danke Reus! Müller! 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 Ja, grüß! Südgewehrgang der Schweine Na, das könnte Russisch auch sein Ich würde eher Russisch sagen, weil wir ja in Russland sind bei der EM Äh, WM Was gibt's nicht? Yes! War aber schön gemacht Geh bitte! Oh! Gescheißen wirklich Na wirklich, das ist ja lächerlich, wie kannst du denen verfehlen? Wenn du jetzt klar bist oder was zum hier rutschen oder was Hab sie gesagt, der Zahn macht es! Und es ist wieder Oh! Oh! Oh du Trottel! Bist du! Ja! Oh! 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 der südkoreanische schlacht ja berg aber gute partie vom berg zweiter assist ein tor berg setzt sich durch und setzt sich mit zwei toren zwei assist zum top scorer 5 2 schweden so herzlich willkommen bei dem so ungleichen match tunesien england england tunisien schön gemacht der außenseiter setzt sich mit einem wunderschönen pass durch wahnsinn wahnsinn der heute nicht so gut ach scheisse schafft man das ehren tor ja will back herzlich willkommen hierzu debütant panama gegen belgien mit der dann rot zeigen wird für sowas schon gelb also vier minuten zwei gelbe karten ist eigentlich auch eine sache für sich so ich habe da gerade einen fan mehr bekommen gehen und macht bitte die tür von außen zu von draußen zu machen bitte danke und die stadt natürlich war es 1 ja jetzt war es das war jetzt eine überzahl ausrufen darf man sich nicht ein tor ist nichts leute bist du teppert mit den vielen verletzungen oh mein gott schön gehen noch eine chance ich glaube das war abgefälscht vom kopf der senegalesen schön kursinski oh man lewandowski mani sehr schön oh schön sehr schön gespielt wo wir hier zum letzten spiel der ersten runde der ersten gruppendurchgang japan gegen kolumbien mit dem fungamer ich glaube sie da haben wir die meisten schon die meisten spiele stunden verbracht mit man aber ja bei füger falkau schön er hat sich nicht an und der forder hier herzlich willkommen in jekaterinburg russland gegen ägypten gegen russland es ist angerichtet das zweite runden spielt das eröffnungspiel der zweiten runde mit dabei ist wieder da ending schön gemacht und du hast es gesagt er könnte ein schlüsselspieler sein wer ist es ja oder forder es ist wieder jetzt wusste nicht ob es war oder nicht herzlich willkommen hier aus volgograd mit dabei saudi arabien gegen uruguay und auch der fungamer schön zuerst und zwar was macht es ja nächste show so trinken es gibt sich zu alles und er macht das zweite hat sich wieder angeschlichen das gibt sich der kommt immer immer der ist immer da das ist der wahnsinn drittes tor und dringend es gibt es nicht geschossen aber jetzt wirklich also das ist schiebung das ist das ist doch schiebung also bitte der cool hat nicht einmal mehr zuckt dem war das so egal dass der da köpfelt wirklich schau 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 ihm bald zu da mein popo bald mein popo ich sehe ihm nicht oh ist er jetzt hinter mir oh oh scheiße das ist ein Tor das war das war's das war's das war's das war's ja hallo grüß euch hier ist der fungamer wir sind hier zurück bei marokko portugal und karesma auf raffa und karesma auf ronadon fick dich doch kalter fick dich echt alter da kommen wir noch 3-0 ja herzlich willkommen hier zurück zu iran gegen sparen in der gruppe auch eben mit portugal und marokko und da ist er ja sagt da oder aber freistungsvariante aller iran schön zu mitte nein so ein dummer fehler fangst nicht du an na gut dann sag ich an hallo und herzlich willkommen zu fifa 18 b das war gekommen aber das war jetzt wieder so schön hast du nicht gleich gesagt du fangst an hä ja ist egal mir ja schleicht sich da schleicht sich da schleicht sich da australien führt der staat gespielt oh mein gott und er macht's schön yes na macht's dann spaß was wird das was wird das war das 2 zu 2 was das gibt es swg yes 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 herzlich willkommen hier zu frankreich gegen peru hier in gruppe c mit dabei der fangnehmer und meine traut sich nicht reden ja glücklich aber doch du an ein bisschen unsicher boah schöner pass verfahren das war nicht der war der war nicht verfahren aber um macht an an ansatz treffern an ansatz treffer ja im einsatz treffe ich habe hier und er nimmt ihn aus an das gibt's nicht also der der nimmt den es und so geschissen an und der kann ihn nicht also so billig das ist so das gibt es nicht so billig einfach ausspielen lassen ist wirklich ein wahnsinn ein wahnsinn ist das oder so schön ja die partie wieder mit dem schulen dance es ist angerichtet kroatien gegen argentinien wm 2018 in fifa ending ist mit dabei fangehmer ist mit dabei was kann da noch schief gehen oder den haben sie vergessen 1 zu 0 luka modrids der scheißneider argentinia oder schön bahn nigger oder oder was was das war der fall hätte ich auch so sehen jetzt der konter hier oder voll umgnietet das im elfer oder glücklich der scheißneider giri du wichser du blöde oder jetzt auch glücklich aber lebenszeichen und sie haben agüero und sie haben agüero ja willkommen hier in volgograd mit dabei der fungamer mit dabei nigera mit dabei island mit dabei die weltmeisterschaft glücklich der erste freisluß treffer bei dieser weltmeisterschaft geht an viktor modus erteilte die rostow arena brasilien gegen costa rica steht an oder das verstehe ich nicht oder der den koppel und grund von den ball oder kaum berührt und der keppel was bist du für ein trottel da kommt schießt das von mir 50 ab oder ist mit schon wurscht da der scheiß costa rica wirklich das waren deine lieblinge ja willkommen hier zu schweiz gegen serben willkommen zu fangen gegen endings willkommen schiedsrichter gegen uns oder er gegen dich